So, hallo meine lieben Freunde. Ja, es ist wieder soweit. Sonntag gibt es hier immer das große Deck in dem Mitgliederbereich des Kanals. Da schauen wir natürlich auch immer mal in die nächste Woche so hinein. Und auch wieder, wie jeden Sonntag, ist es tatsächlich sehr interessant geworden. Es geht tatsächlich erstmal wieder darum für dich, so ein bisschen Fesseln und Ketten abzulegen, in die Leichtigkeit hereinzukommen. Das ist eine sehr, sehr gute Energie dafür. Also es ist ein interessantes Deck geworden. In der Liebe kündigt sich auch etwas an. Also wer mag, kann da auch gerne mal reinschauen. Und dann haben wir natürlich auch nochmal geguckt. Klar, Beruf, Finanzen, Gesundheit und was wir sonst noch so ein bisschen für Energien für die kommende Woche nutzen dürfen. Ja, ist ja immer ganz wichtig, dass man die Energie, die da ist, dann auch nutzt. Na, nicht so dann hinsetzen und sagen, ja, was erzählt denn der da? Da passiert ja gar nichts. Aber man muss das natürlich schon auch annehmen und nutzen. Von daher ein interessantes Deck geworden. Wenn du möchtest, ja, möchte ich dich dann auch gerne im Mitgliederbereich begrüßen. Wir haben wieder ein neues Kanalmitglied. Das begrüße ich aber dann morgen mit meinem berühmten Trommelwirbel. Und wenn du magst, ja, join der Community. Dann darf ich dich auch herzlich im harten inneren Kern der Angel Readings Community begrüßen. Wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Einen schönen Restsonntag. Bleibt gesund, seid lieb zueinander. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus.